Und hier mal ein Rundchen. El Torero. 2 Euro Spüleinsatz. Na, ganz krank. Sieht ja schon gut los. Oh, ich glaube, hier ist wohl so nicht mehr. Oh, ich glaube, hier ist wohl so nicht mehr. Ah, das war ja bescheiden. Das hat aber schon besser gesehen. Und hier mal 10 Freispiele. T-Zona. Los geht's. Oh, nun mal nicht so zaghaft hier. Ja. Ah, hinten ist gut Ah, da ist eine enge Kiste hier Oh, da ist hinten noch ein Voll auf Knirsch Schade Knapp, knapp Jawohl, 140.000 Sehr schön Und hier mal ein Ründchen Magic Tree 2 Euro Einsatz Los geht's Stattdach 1,5m 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 2,5m 1,5m 3,5m 4m 6m 5m 6m 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 7m 6m Los, noch ein paar mehr Öfen hier. Keitskragen. 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 Keitskaja. Die Eule bringt uns 5 Action Games. Da waren es schon 7. Letztes Beispiel. Ach, wir gucken uns mal an. Los geht's. Was? Die 7. Jawoll. Auf Ansage. Oh my god. Nice. Na bitte. Sind wir wieder durch. Siehste. Ratz batz. Und hier gibt es mal Freispiele. Gold Frenzy. 1€ Spieleinsatz. Los geht's. Los geht's. Wie tun wir. ... Was? na da kann man schon besser gehen so heute gucken wir mal eine runde rein, mal gucken ob wir hier was anbauen können fangen wir mal mit 80 an mal schauen, erstmal ein bisschen kohle machen mit den hörschrauben, mal sehen ob es klappt mal so wird es nichts 12, schauen wir mal was die karte sagt flieck hmm Mal los, noch ein bisschen Watt 7 mäßig hier. Ja. Et I'm it. Lump. 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 oh es hauen noch zwei Glocken rinnen hier Komm schon, los noch einer Sofort gewinnen wäre doch mal nett Oder alles Schrott, so habe ich mir das vorgestellt Schade, schade, schade So letzte Chance, hopp oder top Weg ist er, schade, allmah nix, alles versenkt So, schauen wir mal hier ein Röntgen rein, 4 Euro Einsatz, sei groß Schauen wir mal, ob der noch was bringt Schön Loslich noch Es kommt schon, mehr davon So, nur in der letzten Ohno Komm schon Auch nicht schlecht Sehr schön Feel noch talking Ha, auch mal Und letzte Freispiel Klingel dann nochmal 80 dazu Super Sehr schön Na, das hat sich doch wieder gelohnt hier Ja Tja So Tja 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 Vielen Dank.